SITEMINSU ist das Schweizerische Institut für Translationale Medizin und Unternehmertum. Wir unterstützen die Umwandlung von Forschungsideen zu Produkten, die dem Patienten zu gut kommen sollen, eben an Translation. Das machen wir, indem wir verschiedenste Gruppierungen vernetzen, sei das in der Ausbildung, bei Projektsamenarbeiten oder auch bei Veranstaltungen. Vernetzung ist auch ganz wichtig für die künstliche Intelligenz. Das ist eine der Hauptanforderungen. Wir freuen uns, bei der CAIM-Initiative als Partner dabei zu sein und können dazu beitragen, Entwicklungen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz zu Therapien und Produkten überzuführen. Das CAIM ist eine weitere Top-Initiative vom Insel Campus Bern mit nationaler oder sogar internationaler Ausstrahlung. Und wir freuen uns, mit dem Jürgen Borger, am Leiter von SITEMINSEL SCHOOL, im CAIM vertreten zu sein.